Kapitel 22 Lost Das Kaminfeuer prasselte leise und seine grauen Augen wanderten zwischen den züngelnden Flammen und seinem Glas Rotwein hin und her. Es zitterte in seiner Hand und er stellte es stöhnd auf den Schreibtisch ab. Ein Moment beäugte er misstrauisch die Zeilen, welche vor ihm auf dem Pergament langsam Form annahmen. War es richtig, was er tat? Verrat? Vorsichtig setzte er die Feder wieder an, ließ sie wieder gleichmäßig über das Blatt fliegen. Seine Hand verkrampfte sich, verschmierte einige Wörter etwas, doch sie blieben lesbar. Wieder hielt er inne, rieb sich mit der Hand die Augen. Sie hatte, wie so oft in den letzten Monaten, zu zittern begonnen. Waren es die Nerven, die Trauer, die Angst, der Verlust? Oder war es die Schuld? »Lucius«, hauchte es sanft hinter ihm. Er blickte weiter und stuhr auf das Blatt. Er wollte sie nicht sehen, nicht jetzt. »Lucius, bitte«, ihre Stimme klang fliehend, hilflos, so wahnsinnig verzweifelt. Langsam, beinahe nicht merklich, drehte er sich um, bis sich ihre Augen trafen. Ihre blonden Nocken hingen wirrnd vollkommen formlos über ihre schmalen Schultern. Noch nie war sie so schön gewesen wie jetzt. »Wie war dein Tag, Liebes?«, erwiderte er kalt. Ihr Lächeln war schwach und gestellt. Es zeugte von Unsicherheit und für einen Moment verwirrte es ihn, wo sie doch ihrem Sohn und seiner selbst in nichts nahe stand, wo doch ihre Masken besser saßen als die Seinen, als Dracos es taten. »Wir konnten uns nicht darauf einigen, welche Blumen wir für die Gestecke verwenden sollen. Ich und Melinda«, wisperte sie gleichgültig. »Es war merkwürdig, wo sie doch immer davon geträumt hatte, ihren Sohn eine prunk- und prachtvolle Hochzeit zu gestalten.« »Vielleicht solltest du deinen Sohn einbeziehen. Es ist immer ein sein großer Tag.« Sie schüttelte zacklapp den Kopf. »Es ist ihm egal, so wie ihm alles andere auch egal ist.« Ihre Stimme klang matt und brüchig. Er schluckte kaum merklich. Dann fragt Natalia. »Sie ist mehr denn je gegen diese Heirat. Ich hörte, wie sie ihrer Mutter anflehte.« Narzissa hielt stockend inne. »Sie hat Angst vor ihm.« Ihre Stimme war kaum mehr wie ein Wispern. »Gut so, dieses Biest wird etwas Respekt nur gut tun«, antwortete er abwiesend. »Lucius, auch ich habe Angst. Er ist so kalt, so skrupellos.« Ihre Stimme klang fast weinerlich, aber ehrlich. Ehrlich. Ein schwaches Nicken war die Antwort, nicht mehr. Seine Kehle war trocken. Er konnte es deutlich spüren und ihre Augen schienen trotz allem zu durchbohren. Ihre blauen Augen glänzten verachtend und verzweifelt zugleich. »Was haben sie ihm angetan?« Eine einzige Träne suchte sich den Weg über ihre blassen Wangen. Hatte er sie jemals zuvor weinen sehen? Und doch hatte sie recht. Sie hatten seinen Sohn gebrochen, zerstört, ihm alles genommen. Er war nichts weiter, wie eine gewissenlose und grausame Hülle, in diesem innerlich jegliche Gefühle versiegelt waren und zugänglich verloren. »Sie werden büßen«, antwortete er wispernd. Ein leises Schluchzen kam in ihr Mund. »Was bringt es uns? Was bringt es unserem Sohn?« Ihre Stimme klang bitter. »Wir werden einen Weg finden.« »Dieser Zauber ist unwiderruflich.« »Das sagt man vom Todesfluch auch«, hauchte er angespannt. Stille erfüllte den Raum. Sie senkte den Kopf. »Doch dann traf er Harry Potter«, fügte er schließlich schwach hinzu. Langsam warnte er sich wieder seinem Schreibtisch zu. Ihre leichtfüßigen Schritte ertönten, bevor sie hinter ihm zum Stehen kamen. Ihre Arme legten sich auf seine Schultern und die Atem streifte seine Wange. »Dann brauchen wir ein Wunder.« Ihre Augen überflogen die Zahlen auf dem Pergament. »Vielleicht hat er dieses Wunder schon vor uns gefunden«, kam kaum hörbar seine Antwort. Kalt. Es war kalt und düster. Kein Licht, keine Hoffnung, nicht einmal ein leichtes Schimmern. Was war das hier? Seine Welt? Sein Leben? War das alles? Töten und dem Dienen? Ihm? Eins hatte ihm nicht gedient. Er wusste es aus seinen Träumen. Doch wann? In einem anderen Leben? Hat er jemals anders gelebt oder gar geliebt? Er wusste es nicht. Es fehlte ab dem Punkt, wo das meistens Fluch ertönte. Wann hat er ihn gesprochen? Und warum? Warum hatte man sein anderes Leben ausgelöscht? Es vernichtet? War es eine Strafe? Doch wofür? Warum erinnerte er sich nicht? Warum kamen diese Bilder nur im Traum? Schreie, Menschen, Flammen, Tod? Doch das war nicht anders wie das, was er täglich erlebte, was er täglich für seinen Lord tat und störte ihn nicht. Stammblüter und Mogel durften nicht leben, sie waren das Leben nicht wert, nutzlos, nicht Zweiteilsdreck, Abschaum, so hatte es ihm der Meister gelehrt. Und so würde er leben. Doch nachts kamen die Bilder, vielleicht Erinnerungen, an ein früheres Leben. Dann waren da Augen, so braun wie Herbstlaub und so hell und klar wie der Wüstensand, Lippen so rot wie die Blätter einer Rose und einer Haut so zart wie Seide. Doch alles verschwand immer dann, wenn dieser eine Wort ertönte. Es heilte hinter seinen Schläfen, wann immer er Erinnerungen suchte, wann immer er zu weit in seine Träume sank. Wie eine Schranke, eine unsichtbare Absperrung hielt es ihn von allem fern. Der Wind peitschte durch die stillen Gemäuer, wirbelte den Staub auf, ließ die defekten Fensterläden auf und wieder zuschlagen. Er erinnerte sich an diesen Ort. Irgendwo in seinem Inneren wusste er, dass dieser Ort eine Zufluchtsstätte gewesen war. Irgendwann in einem anderen Leben. Er wollte dem Lord gehorchen, ihm dienen. Doch eine andere Hälfte schrie nach Freiheit, nach Leben, nach Frieden. Doch warum? Warum wollte diese Hälfte sich erinnern? Wollte ein anderes Leben, vielleicht das frühere, das andere? Mit schmerzverzerrtem Gesicht hielt er sich die Schläfen. Er hatte zu tief gewühlt, die Schranken erreicht. Das war seine Strafe. Doch für was? Jedes Mal, wenn die Bilder klarer wurden, versuchten sie festzusetzen, ertönte die schmerzende, schrille Stimme in seinen Kopf. Und sie schrie, sie lachte, und dann wisperte sie. Amnesia! Regungslos verharrte Severus am Fenster, blickte gedankenverloren in die kahlen Ländereien Hogwarts. Sie hatten mit dem Wiederaufbau begonnen, doch nichts war mehr, wie es vorher gewesen war. Nicht einmal ansatzweise. Es war eine Schande. Die Eltern weigerten sich, ihre Kinder in der nächsten Zeit nach Hogwarts zu schicken, und viele Lehrer hatten Angst, konnten sie verstehen. Auch er verstand, auch wenn er es nicht zugeben würde. Gedanken verloren, ruten seine Augen auf der kleinen, von der Ferne verschluckten Gestalt, die verlassen im Abendwind stand. Ihr Umhang wehte im Wind, ebenso ihr langes, braunes Haar. »Professor, ich mach mir Sorgen. Haben Sie diese Gerüchte gehört?« hauchte der junge Mann neben ihm. Es gefiel Severus nicht wirklich, aber sie war nun mal auf eine enge Zusammenarbeit angewiesen, gerade in solchen Zeiten. Denn Voldemorts Truppen waren mächtiger denn je, nicht zuletzt die Dark Device, dessen neuer Hauptmann sie wie ein Todesengel durch die Land führte und verderbend zurückließ, wo immer sie passierten. Er lächelte bitter. Natürlich hatte er davon gehört. »Ich bin nicht von gestern, Mr. Potter.« »Wir sollten es ihr sagen, immerhin«, begann der dunkelhaare Jüngling leise, doch der ältere schnitt ihm gezielt den Satz ab. »Sie weiß es«, hörte er sich selber sagen, bevor er seine Worte überhaupt zurechtgelegt hatte. »G靴 Auf.« »Distung Dr. Jüngling. »